Verlorene lande akt 3 neben mission 2 und so wie es aussieht spielen wir diesmal eine böse oder wer ist caesar ragnar ist auf krawall gebürstet und ein kampf muss her dabei ist jeder gegner recht trüppen aus kirchenstein wo ist euer kommandant gemeint caesar warum hast du ihr das verraten sei still ihr versucht diesen caesar zu beschützen das ganze feige oder versteckt sich von mir er versteckt sich nicht er ist nur um himmels willen halt die klappe erst ein mann oder eine maus also eigentlich ist er eure geheimnis grämerei wird ihn nicht beschützen zuerst zermal mich euch und dann werde ich mir diesen caesar vorknöpfen wow wir spielen sie jetzt tatsächlich dieser caesar glaubt also er könnte sich vor mir verstecken was für ein feigling ich werde ihm zeigen dass es vor ragnar kein entkommen gibt zerstöre die gegnerische festung oder besiege den geheimnisvollen caesar mal kurz ein überblick was hat denn der so für sachen der hat normale kasern also keine flug einhalten gut keine flug einhalten ich habe zwei bogenschützen sonst nichts warum was schnelles 4 3 5 schnelle los Zoom Ein Wagen ist aber auch nicht verkehrt. Wie wir früher bauen sollen, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Wir sollen mal gucken, wir sollen mal gucken. So einsteigen und abnahmend mit dir. Kräuerritter schicken wir gleich hinterher. Jetzt hat er mir natürlich den Weg versperrt, das ist schlecht. Dann gehen wir da lang. Der X-Ray guckt, dass er mich nicht angreifen kann. Hä? Wandelt jetzt. Ich hab doch extra gut. Zirbern langsam. So. 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 wie. So. 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 Ich mache Jagd auf dich, Cäsar. Wie jemand entkommt, Ragnar. Ich bin nicht verletzt. Ich verliere die Geduld. Komm schon und kämpfe! Chill mal deine Base, Alter. Gut zeigen, so, gehen wir hier rüber. Schirme so runterholen, alles hier. Immer genau 600, habe ich da drüben schon was gekauft? Ja. Okay, warte mal, dann machen wir in Höhen und Jo. Okay, wir machen jetzt am schlauesten. Ist mal so, wa? Oh. Ja, das ist ja hier. Zuuu. 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 Ich würde noch mal so ein bisschen näher mir holen, oder? Ich würde noch mal so ein bisschen näher mir holen. Zorn. Ah, das ist der andere one. Okay, okay. . . . . . . . . Ich habe nicht so gedacht, ich würde die Meinsam die Ich habe nicht so, dass ich das Ich hab meine Ich hab meine Ich hab alles Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist er? Ich habe überall gesucht. Ich habe dich. Machen wir es mal 60, wa? Und da den Rest. Hopping geht langsam das Geld aus. Ich glaube die Hunde reichen, oder? Mehr brauchen wir nicht. Da habe ich mir lieber hier unten ein paar Sachen. Zum Beispiel noch einen Triebock. Oh, jetzt macht er mit. Jetzt will er mitmachen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir brauchen mehr Pestoppaar. Besser wäre wahrscheinlich mehr Bogenschützen. Wir brauchen mehr Pestoppaar. 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 Let's finish this Gewonnen aber ich weiß immer noch nicht wer zur Hölle dieser Cäsar ich habe gewonnen gewonnen habe ich ich bin die größte kriegerin die je gestorben ist Ragnar weiter hat dich aus den überresten der besten kriege erschaffen die die welt je erlebt hat das ist doch so ein Frankenstein du prallst mit ihrer Unverwüstlichkeit ihrer Gerissenheit und besonders mit ihrer Macht und was stellst du mit diesen Gaben an? du prügelst dich mit einem Hund einem Hund einem Hund wir sind auf dem Bowlen jetzt liegt wachkopf gewonnen voll der Frankenstein ey du hast Ragnar jetzt in der ah du kannst Ragnar jetzt in der Arcade spielen super ja das war verlorene Landeakt 3 Neemission 2 bei